Hey Leute, mein Name ist EpicStun und mit dabei ist heute Katscha... Hallo! ...und Gata, wir spielen heute eine Runde Murder Mystery! Sehr nice! Ich bin 100%... ...Mörder? Kein Detektiv! Oh nein, ich bin 100% gar nichts mal wieder. Ich geh jetzt hier 10 Gold sammeln, so schnell wie möglich. Hä? Das ist der Detektiv, das ist der Detektiv! Okay, Detektiv ist hier unten auf jeden Fall. Es wurde, glaube ich, noch keiner weggeschnetzelt, ich bin mir nicht ganz sicher. Oh doch, nee. Katscha! Nein, 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 ich dachte, da lag jemand. Ach da, Ari, beim Rausgehen, ich geh gerade raus. Ja. Vielleicht guck ich mal, wer da ist. Moment, ich dachte, da lag sogar noch jemand. Ich hab 5 Gold jetzt mittlerweile. Sehr gut. Hier im Roten ist sie... Nee, da geht aber niemand weg. Oh! Ich hab ihn nicht verhintert, ihr seht. Oh nein. Oh mein, du warst hinter mir? Ja, ich dachte, du wärst der Mörder gewesen. Hast du mich verfolgt? Ja, die ganze Zeit. Frechheit. Ich bin Detektivfreund Epic und du holst jetzt hier auf meine Lieblingsmap. Okay, ich geh nach oben, ich geh nach oben. Da bist du ja schon, hallo. Kann jemand das mal auslösen, dass ich hier dann rüber kann? Ja, bitteschön. Danke. Okay, ist da gerade jemand runtergeblumst? Ich glaube schon. Ja, hat sich auf jeden Fall danach angehört. Okay, ich hab den Bogen. Ich bin Detektiv. Ich hab hier alles im Blick. Falls ich weggeschätzt werden sollte, Kata, kannst du sofort meinen Bogen hier oben aufsammeln. Ja, ich würde erst mal gucken, dass ich hier selber natürlich hier meine Sachen hole. Zehn Leute sind noch übrig. Ja, aber das ist richtig... Jetzt ist hier mit dem Mörder. Sieben Leute sind hier oben. Ich hab schon sieben Gold. Da unten. Der blauen, der blauen, der blauen. Du kannst ihn wegschnitzen. Oh, was? Ich hab mich getroffen. Hinter Feuer, hinter Feuer. Ja, 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 ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Ja, ja, das steht da noch. Bitte pass auf, bitte pass auf. Ich hab ihn nicht. Oh mein Gott, ich kann ihn wegschnitzen. Warte, ich hab einen. Ich hab zehn Gold. Warte, 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 warte. Er kommt drüber, er kommt drüber. Auf die Seite. Oh nein. Auf die Seite. Ich hab ihn nicht. Oh nein. Garte, Achtung, er ist oben beim Drohnen, glaube ich. Oh, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab verschossen. Ich hab verschossen. Er ist unten, er ist unten. Nein, er ist unten. Nee, er ist oben. Äh, meine ich ja oben. Es ist hier Katze, der kommt da von oben. Oh Gott. Katze, rennen, er ist hinter dir, er ist hinter dir. Er wurde weggeschnetzelt. Das war so knapp. Sehr gut. Ich bin Katze. Okay, ich hoffe, dass du wirklich unschuldig bist. Oh, einer ist runtergefallen. Einer ist runtergefallen. Ist er beim Bild runtergefallen? Ist er beim Bild runtergefallen? Ist er beim Bild runtergefallen? Kann man sonst noch irgendwo hier runterfallen? Ja, beim Bild ist einer runtergefallen. Oh nein. Einer wurde auch schon weggeschnetzelt. Aha, epic. Nein. Ist der noch beim Bild vielleicht weggeschnetzelt worden? Nein. Kein Ein... Ja, bei dir. Oh, definitiv. Das stimmt doch gar nicht. Ich habe dich gesehen. Du hast es nicht gesehen. Hör auf, wenn du quatsch. Oh mein Gott, ich habe zwei in einer Reihe weggeschnetzelt. Nein, die klauen sich meinen Bogen. Ich bin das gar nicht. Natürlich, ich habe die auf frischer Tat ertappt. Das bin ich gar nicht. Du hast die definitiv weggeschnetzelt. Oh mein Gold wurde weggeschnappt. Ich brauche nicht mehr viel Gold, Karte. Dann... Das war es mit mir. Hallo, klein Epic. Na? Nein. Oh, weg hier. Oh, war das knapp. Oh, war das knapp. Oh, war das knapp. Das war ein Millimeter knapp. Das war richtig knapp. Fast hättest du mich schon weggeschnetzelt. Tschüss. Ja. Ich habe dich nicht gesehen. Ich habe da um die Ecke gewartet. Ich bin unschuldig und hinter dir. Hallöle. Ich bin unschuldig und bin vor dir. Ich dachte, die Falle wird ausgelöst. Das war knapp. Ich dachte auch. Okay, drei Gold habe ich auf jeden Fall schon. Hier oben können wir so schnell so viel Gold aufsammeln. Es muss schon jemand weg... Epic, hier, hinter dir. Guck mal, guck mal. Du bist Detektiv. Ich bin kein Mörder auf jeden Fall. Ja, ja, ich weiß. Hier oben wurde keiner weggeschnetzelt. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Ja, ja, ja. Okay, vier Gold habe ich aber auch schon. Nee, der ist es auch nicht. Das ist der letzte, der hochkommt, ist der Mörder. Ah ja, sehr gut. Der nächste. Ja, dann müssen wir bescheiden. Ich weiß noch nicht, von welcher Seite. Ich gucke halt die ganze Zeit links und rechts. Ja. Hast du eine Schundchen Gold auch? Ich habe sieben. Da ist er. Ich gehe... Gott, nein, 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 nein. Wo ist er? Da ist er da unten. Da ist er. Ich hole noch ein Gold. Nein. Gott, er hat das Gold geklaut. Nein, es tut mir leid. Ich weiß nicht, wo er ist. Der ist da unten reingegangen, glaube ich. Oh nein, ja, da gehe ich ganz sicher nicht hin. Okay, vielleicht wartet er unten um die Ecke. Er könnte darin warten. Oh, oh. Er könnte auch nochmal kommen. Hast du schon zehn Gold? Ja, ja, ich habe einen Bogen. Da, oben. Achtung, er wirft. Er kann wieder werfen gleich. Ja, 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 ich weiß. Ich gehe da vorne mal an die Kante. Ich gebe dir Rückendeckung. Okay, wir sehen alle Richtungen. Vielleicht... Nein, 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 da ist er, da ist er, da ist er. Da unten drin, ja. Oh mein Gott. Der steht um die Ecke. Ich habe ihn gesehen. Also ich schieße, ich ziele darauf, ne. Oh, das war knapp. Nein, oh Gott, nein, 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 okay. Katha, das musst du jetzt wegschätzeln. Ja, ich weiß. Das schaffst du. Ja. Achtung, er kann kommen, er kann kommen. Ich schaue für vorne lang. Ne, ich sehe da unten aber nicht drin. Oh nein, vielleicht gehe ich jetzt auch wieder von der rechten Seite. Das kann sein, ich brauche noch zwei Gold. Noch zwei Gold brauche ich. Oh mein Gott. Noch ein Gold, wo ist da das letzte Gold? Ich schwitze. Oh nein. Hier, hier, hier. Ich habe wieder einen Bogenschuss, ich habe wieder einen Bogenschuss. Sehr gut. Okay, ich schaue wieder da unten rein. Ja, okay, ich gucke rechts. Ich sehe ihn da unten nicht auf jeden Fall. Er könnte aber um die Ecke versteckt sein. Ja. Okay, passt bloß auf. Ja, ja, von der anderen Seite. Oh mein Gott, er hat mich. Wo ist er denn? Oh mein Gott, als ob er mich da bekommen hat. Er ist genau unter dir gewesen. Ja, ich weiß, ich weiß. Er wird dich wegschätzeln. Ne, ich schätz hier weg. Was ist denn da? Los habe ich keinen Gewinn, nur 50 Sekunden. Ich schwitze so. Okay, ich habe es, ich habe es. Oh, warte da unten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Nein, nein, nein. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Oh nein. Das war so knapp. Ich bin unschuldig. Ich bin auch unschuldig. Sehr gut. Okay, ich glaube, ich werde mal hier bei der Falle bleiben. Oh Gott, habe ich schon. Warum bleibst du wieder bei der Falle? Weil ich den Mörder hier wegschnetzen will. Du bist es. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Weg, weg, weg. Oh, ich bin hier gegengelaufen. Nein, nein, nein. Nein, das gibt es doch nicht. Ich wusste es vor der ersten Sekunde. Bei dir kann man ja auch kein geheimer Mörder sein. Noch acht, neun sind übrig. Noch sieben. Das war der Detektiv. Oh nein, noch sieben Stück. Du hast noch zwei Minuten 40 Zeit. Oh, sehr gut. Oh, das war nice. Den hast du auch. Noch fünf Leute. Oh je, die muss ich erst mal alle bekommen. Den hast du auch. Noch vier Leute. Ja, da vorne war noch einer. Ich sehe wen. Hallo. Entschuldigen Sie. Haben Sie etwa einen Keks bestellt? Oh, das war knapp. Den kannst du auch wegschnetzen. Okay, noch drei Leute. Ja, da oben. Ich sehe noch einen. Stimmt, da steht noch einer. Oh, den kriegst du, den kriegst du. Ja, das war auch der Detektiv hatte. Den habe ich auch. Und noch zwei Leute sind übrig. Da hat jemand auf dich geschossen. Oh, oh. Ja, der darf jetzt keinen Bogenschuss noch haben. Oh, oh, oh. Ich glaube, der hat keinen Bogenschuss mehr. Ja, den hast du auch. Noch einer ist üblich. Noch eine Minute hast du Zeit. Ja. Da war der Letzte da hinten. Sehr gut, Karte. Du hast gewonnen. Ich bin unschuldig. Bin auch unschuldig. Sehr gut. Okay, ich bin unten. Ich komme wieder nach oben. Ich sehe da mein erstes Gold. Oh, da bist du ja auch. Hallo. Hallo. Schnell nach oben, schnell nach oben, schnell nach oben. Drei Gold schon. Sehr gut. Ich habe schon zwei Stück. Okay, ich bin oben gleich angekommen insgesamt. Hier ist noch Gold. Oh, das wird schon jemand weggeschnetzelt. Okay, also hier oben bei mir auf jeden Fall schon mal nicht. Ich gehe oben auf den Thron wieder drauf. Aha. So, vier Gold habe ich. Okay, ich brauche unbedingt einen Bogen. Da kann ich hier alles gut im Blick behalten. Einer ist runtergefallen, glaube ich. Ja. Da bist du. Soll ich auslösen für dich? Guck mal, bitteschön. Aha. Was ist denn nicht hochgelaufen? Also ich habe da auf jeden Fall keinen weggeschnetzelt. Das kann ich dir sagen. Ich habe gerade ein Herz gesehen. Nicht von mir. Hä? Wirklich nicht von mir. Ich bin jetzt hier oben. Ich habe einen Bogen. Aha. Ist nur noch neun Leute übrig? Ja. Das war nicht ich. Ich habe auch schon einen Bogenschuss plus drei weiteres Gold. Sehr gut. Unten ist noch ein Steve. Schnetzest du da Leute weg gerade? Oben wurde doch jemand weggeschnetzelt. Nicht durch mich. Oh. Oh. Da werden die ganze Zeit Leute weggeschnetzelt. Ja. Das habe ich auch schon gesehen. Das ist seltsam. Ich habe Angst, dass du mich von der Seite weggeschnetzelst. Das bist nicht du. Okay. Das bist du schon mal nicht. Okay. Es sind jetzt nur drei Leute übrig. Oh nö. Okay. Oh. Ich habe so Angst, dass du mich weggeschnetzelst. Oh nö. Geh mal weg. Zwei Leute sind noch übrig. Och nö. Epic. Jetzt reicht es aber auch mal. Es könnte auch sein, dass jemand noch ganz, ganz unten ist. Da bin ich ganz sicher. Hoffentlich bist du hier nicht. Oh nein. Der warst. Der hat sich da hingestellt. Das gibt es doch nicht. Och man. Gott. Das ist eine miese, fiese Sache. Ich habe mich gerade da hingestellt. Ich war noch nicht so weit. Auf einmal warst du da. Zum Glück habe ich dich da gesehen. Es ist noch einer übrig. Und der hat den Bogen aufgesammelt. Und das bedeutet, der müsste oben irgendwo sein. Oh Gott. Ich gehe mal schauen, ob er hier irgendwo ist. Hier wurde auf jeden Fall der Bogen... Der hat mich weggeschnetzelt. Oh mein Gott. Der hat sich da versteckt an der Kante. Was war das denn? Frechheit. Ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig auch. Vielleicht bin ich aber auch ein Mörder. Oh nee. Spielst du mit offenen Karten? Vielleicht. Moment mal. Karte vielleicht. Oh. Das war jetzt schlecht. Das gibt es doch. Das tut mir leid. Du bist mir sofort entgegengekommen. Na ja. So ist es halt anscheinend. Wenn man einen Mörderkumpan immer bei sich hat. Ja. Ich merke das schon. Oh das war ein Detektiv. Sehr gut. Da hüpfen wir die ganze Zeit rum. So viel. Es ist richtig schwierig. Hab ich. Ja moin. Okay. Hab ich. Okay da. Oh je. Oh je. What? Drei Leute. Einer ist gerade runtergefallen. Hier liegt der Bogen auf jeden Fall. Das ist Rekordzeiten. Hab ich. Oh den anderen hätte ich fast auch. Der dahinter war. Es sind einfach noch zwei. Guck mal. Dann hast du ja noch... Da hast du auch nicht hier am Ende dich weggeschnetzeln lassen. Und ein einzelner Setzer. Übrig ist der letzte. Ja. Oh mein Gott. In drei Minuten vier sind sie noch übrig. Das ist nicht schlecht. Das stimmt. Ich kann dir sagen, Kat. Hallo. Dass ich zu 100% Mörder bin. Ah. Och nö. Tschüss. Und tschüss. Oh. Äh. Oh wie viel ich auf einmal weggeschnitzt hab. Ich schaff das nicht rechtzeitig mir was zu holen. Oh nein. Oh. Bist du ja wieder erwähnt? Oh. 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 Nur fünf Leute sind übrig. Ich mach hier gar nichts mehr. Was ist denn da los? Ich versteck mich jetzt hier. Du versteckst dich? Ja. Oh nein. Da find ich dich ja niemals. Hier ist noch einer. Habe ich. Okay. Drei Leute noch übrig. Der Bogen wurde immer noch nicht aufgesammelt. Haben die sich alle versteckelt? Ne. Hier ist keiner. Okay. Ich geh mal nach unten. Ich geh mal nach unten. Hier ist auch keiner. Da bist du. Du hast dich hier in der Küche versteckt. Da warst du. Das ging auch schon wieder so schnell. Nein. Noch zwei Leute sind übrig. Hier ist keiner drin. Das sieht echt gut aus für dich. Muss ich sagen. Der Bogen wurde endlich aufgesammelt. Das heißt, oben ist einer gewesen. Ja. Der müsste hier oben sein. Da hinten steht einer. Trefft du ihn so? Oh, ich kann dich so treffen. Ja, das war der Detektiv. Jetzt ist noch einer übrig. Und da ist die letzte Person. Oh. Jetzt haben wir sie getroffen. Sehr gut. Ich hab gewonnen. Glückwunsch. So Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schreibt bei der lieben Kata vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017